Kapitel 10 Die Geschichte des Gestrandeten Vargard Kurz nach Sonnenuntergang kam das erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Oltöks passierte die käthohe Mauer der Hauptstadt und schritt über den kühler werdenden Sand, wo einst der breite Gürtel der Gewöhnlichen um die Stadt gestanden hatte. Was die reine Fläche anging, war der Gürtel immer der größte Teil der Hauptstadt gewesen. Doch jetzt lag zwischen den beiden klippengleichen Mauern, der äußeren und der inneren, nichts als windgepeitschter Staub. Nicht einmal ein bisschen Ton zeigte noch, wo die Straßen einst verlaufen waren. Es gab keine Spur von den Millionen Negrontür mehr, die einst hier gelebt hatten. Nicht einmal ein wenig aufgeworfener Sand. Tatsächlich waren die königlichen Obelisken, die einst jede Kreuzung geziert hatten, das einzige, was in dieser Leere noch stand. Sie standen derart verteilt, dass ein jeder der Gewöhnlichen von jedem Ort der Stadt zumindest einen von ihnen sehen konnte. Und sie verkündeten heute, wie damals, die hekatische Realität der königlichen Macht. Doch jetzt war alles bedeutungslos, denn der Wind ließ sich nicht bändigen, egal wie machtvoll die Inschriften auch waren. Die Brise wurde in der nahenden Nacht stärker und fuhr stöhnend um die Spitzen der Obelisken. Aber auch wenn die äußere Stadt verschwunden war, so blieb die Macht der Hauptstadt doch ungebrochen. Im Herzen der einige Wegstunden durchmessenden Fläche ragten die schwarzen Mauern aus dem Staub auf, beschrieben mit sechs Millionen Zeilen heiliger Schrift und von gepanzerten Bollwerken verstärkt. Sie waren teils Monument, teils Befestigungsanlage und schimmerten in kaltgrünem Licht, das beständig die Zeilen der schützenden Hymnen nachfuhr. Dahinter erhoben sich die Türme der ewig währenden, stillen Nekropole in die schwer zerwerdende Nacht. Um die Grabes Zitadelle herum war die Zeit wie um einen Stein auf einer Schwemmebene verflossen. All der vergängliche Schlamm des Lebens war wie trocken gewordene Schlick davon gespült worden. Und einzig der Stein war geblieben. Oltöx erinnerte sich daran, dass mit dem Gürtel nichts von Wert verloren gegangen war, als er langsam über den Sand schritt. Und doch, fragt er sich, als der Staub unter seinen Füßen zu zittern begann, ob die Toten sich daran stießen, wurden die Staubkörner von den Toten der Slums aufgewirbelt, die darüber jammerten, so einfach fortgeworfen zu werden? Nein. Oltöx musste nicht einmal auf das Eingreifen seiner Logikmatrix warten, um diesen Gedanken sofort wieder wegzuwischen. Selbst wenn er abergläubisch gewesen wäre, so gab es jedoch keine Geister, die ihn hätten verfolgen können. All diese Geister steckten noch immer in Panzern aus lebendigem Metall und dienten weiterhin der Dynastie. Seine Erkennungsmatrix sagte ihm, dass diese Störung aus anderer, andersweltlicher Quelle kam. Es war die Bugwelle eines Schwerkrafttriebwerkes, welches mühevoll etwas Enormes in der Luft hielt. Und es kam schnell von hinten näher. Was auch immer es sein mochte, die davon ausgehende Störung verstärkte sich nach Überfliegen der Stadtmauer derart, dass unter dem wellenschlagenden Sand beinahe die Straßen wieder hervorzukommen schienen. Oltöx mochte unter einem Stapel notdürftiger Verschleierungsprotokolle verborgen sein, doch konnte er keinesfalls einer Entdeckung entgehen, wenn etwas so Großes aktiv nach ihm suchte. Aber er vertraute Djoseras, dass diese ihn nicht verraten hatte. Also ging er weiter, die Okulare fest auf die Tore der Nekropole gerichtet. Doch als der Schatten seines Verfolgers über ihn fiel und das Tintenblau des Himmels verbarg, konnte Oltöx dem Blick nach oben nicht mehr widerstehen. Das Dort entdeckte, ergab jedoch keinerlei Sinn. Es war eine Transportfähre der Con-Klasse. Ein gigantisches Ding, welches beinahe 20 Ket lang und 12 breit war. Sie schwebte mit der ruhigen Hässlichkeit eines schlafwandelnden Berges im Himmel und verdeckte das Zwielicht mit der Schwerze ihres Buges. Das Furchtlicht, das dort blinkte, gab unbekannte, heraldische Muster wieder, die Oltöx aus Reflex lesen wollte. Er erhielt im Gegenzug nur kaltblaue Verweigerungsglüphen. Seine Neugierde verschwand jedoch nicht. Ein so großes Schiff war heutzutage in der Atmosphäre ein seltener Anblick, denn abgesehen von Invasionen oder Situationen, in denen die Relais außer Kraft gesetzt waren, war eine Translation noch immer die beste Methode, Masse durch den Orbit zu transportieren. Eine Con zu sehen war noch merkwürdiger, denn dies waren Schiffe aus den frühen Tagen von Szariks Krieg. Sie stammten aus der Zeit des Fleisches, in denen die Truppen mit all den dreckigen Anhängseln des Lebens durch den Raum transportiert werden mussten. Dabei waren sie jedoch fürchterlich ineffizient gewesen, mussten sie doch atmosphärische Systeme, Herzkreisläufe, Schlafräume, Vorratskammern und auch Abwasserrohre beherbergen. Oltöx schüttelte sich bei diesem Gedanken. Seinem Volk waren alle körperlichen Angelegenheiten ein Grauen, doch gerade die fäkalen Angelegenheiten waren bereits in der Zeit des Fleisches ein Tabu gewesen und dem Nekon-Geist ein besonderer Graus. Dankbarerweise hatten die Bio-Öfen all dem ein Ende gesetzt. Jetzt konnten die Truppen Schulter an Schulter in saubere Blöcke gepackt oder sogar in dimensionale Anhänge ausgelagert werden, wenn der Raum zu begrenzt wurde. Ein Sichelschiff konnte notfalls eine ganze Legion tragen. Deswegen war er überrascht, dass er eines dieser alten Relikte hier zu Gesicht bekam, besonders am Himmel über einer Kronwelt. Erste Subpartition, dachte Oltöx und stieß mit etwas Widerwillen seine doktrinelle Partition an. Ich benötige deine Hilfe. Was für eine Überraschung, mein Meister, kam die Antwort nach einer Pause, die auf ihn verdächtig, demonstrativ wirkte. Wie kann euer Diener behilflich sein? Die Subpartition sprach mit einem säuerlichen Ton und verzierte alles mit geradezu aggressiven Schmeichelglüfen. Oltöx' Entscheidung, die Verfluchten einzusetzen, war für die Subpartition zu viel gewesen, was ihre nachfolgenden Interaktionen sehr angespannt gestaltet hatte. In den letzten Tagen hatte er sie zudem mehrfach zum Schweigen gebracht. Selbst auf dem Weg hierher hatte Oltöx ihr mit einer völligen Abriegelung gedroht, sollte die Subpartition nicht mit ihrem überquellenden Lob für Diuseras Pflichtbewusstsein und Mut aufhören, nachdem ihr merkwürdiges Treffen in der Wüste zu einem Ende gekommen war. Oltöx konnte ihren Groll verstehen. Wie es so oft mit seinen abgespaltenen Teilen war, hätte er in dieser Situation ähnlich empfunden. Er wünschte sich jedoch, dass die Obsession der Subpartition mit Hierarchie sich auch darin gezeigt hätte, wenigstens einen Ansatz von Respekt für ihren tatsächlichen Meister zu zeigen. Aber wie auch immer, ihre Laune würde sich bessern, wenn er ihr das Gefühl gab, wichtig zu sein. Ich wünsche, dass du dieses Schiff für mich identifizierst, befahl er mit einer Glyphe für den einfachen Schreiber, da die Subpartition dies zu mögen schien. Ich weiß, dass du einen gewissen Enthusiasmus für alte Eisenware hegst. Euer Diener wird sich diese Problemstellung besehen, antwortete die Subpartition, ehe sie sich kurz in ihre eigenen engrammatischen Archive zurückzog. Ah, hier haben wir es. Ein Transporter der CON-Klasse nach dem BOS-Muster gebaut, was sehr ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt. Ja, ich weiß. Aber woher kommt die Fähre und was führt sie mit sich? Das Farbschema ist unbekannt, aber euer Diener sollte dazu Aufzeichnungen haben. Oldtix wartete, während Doktrin einmal mehr suchte. Ich habe es gefunden, stieß Doktrin endlich aus. Alle Abneigung war nach dieser Gelegenheit für ein Abtauchen in esoterische Heraldikdaten verschwunden. Ich habe sogar einen Namen für euch. Es ist die Knutschan, zugehörig dem Nemesor Buareinek aus dem Hause Fomor, aus der Alütmor-Dynastie im weiten Norden. Die Knutschan wurde 503 Jahre vor dem Ende der Zeit des Fleisches erbaut und trug bei dem ersten Flug eine Straflegion in den Kelkrakris, wo sie Das ist genug der Vergangenheit, Doktrin! unterbrach die strategische Subpartition, ehe Oldtix die Geduld verlieren könnte. Was ist ihre derzeitige Aufgabe? Nun, die Knutschan fliegt unter Handelssiegeln, soweit dieser Diener es identifizieren kann. Ihr Landeverzeichnis kann allerdings lediglich mit passendem Zwischenraumzugang eingesehen werden. Die Muster der Hüllenlichter suggerieren zumindest Fahr-Ir-Bahn, das alte Protokoll der Tribute für Tauschhandel, welche wiederum Das passt zusammen, mein Fürst, fiel die analytische Subpartition aus dem Nichts ein, ehe Oldtix auch nur ein Wort sagen konnte. Das Schiff riecht nach Metagold, Gottsstahl, Bruchstahl und ungefähr 940 verschiedenen Derivaten von Mystistahl, allerdings. Die vierte Subpartition wurde für einen Moment ruhig, während Analytik die Zahlen durchging. Das sind alte, fast schon verflüchtigte Dinge, also müssen es Dinge sein, die das Schiff auf dem letzten Flug nach Altimor gebracht hat. Sie haben aber nichts mit ihrer derzeitigen Ladung zu tun. Also entsendet Onas, Antikevs Reichtum an weit entfernte Fürsten, dachte Oldtix an die größer werdende Menge in seinem Zwischenspeichergewand, während er der riesigen Knutschan zusah, die weiter auf die Lichtsäulen zuglitt, welche kalt über die Nekropolmauer aufschimmerten. Bald war sie außer Sicht, hinter die Dunkelheit der Mauer geglitten. Eine merkwürdige Vorahnung überkam Oldtix. Aber was bekommt er dafür? Nun, es muss etwas Besonderes sein, um es für eine solche Ladung zu rechtfertigen, spekulierte Analytik. Mystistahl ist Singularitätsgeschmiedet, mein Fürst, also würde es niemand weggeben, ohne dafür ein Vermögen zu verlangen. Diese Aussage ließ Stille in Oldtix Zwischenspeicher einkehren, denn keine der Subpartitionen wusste so recht, was sie damit anfangen sollte. Analytik war typischerweise auf Details konzentriert und konnte daher nie wirklich den großen Zusammenhang begreifen, wodurch sie wundervoll nichtsahnend war, was die eindeutige Lösung dieser Frage betraf. Unas musste verrückt geworden sein. Schlussendlich war es Xenologie, die sich zu Wort meldete. Seit dem Verlassen von Seth hatte sie keine Unreinen mehr gehabt, mit denen sie ihre Langeweile hätte stillen können. Ich glaube, ich habe eine Antwort, begann die Subpartition vorsichtig. Aber nun, es erübrigt sich zu sagen, dass ihr die Antwort nicht mögen werdet, besonders meine doktrinelle Gegenseite nicht. Fahr fort, gab Oldtix zurück, wobei er Doktrin eine Warnglüfe gab, damit die Subpartition die Beiträge der Fünften nicht einfach abtun konnte. Doktrin hasste Xenologie so sehr, dass die Rivalitäten mit Strategie im Vergleich geradezu trivial schienen. Xenologie sprach, aber erst nachdem sie eine Okklusionsglüfe vorausgeschickt hatte, um das Konzept ein wenig abzuschwächen. Kehrt! Die anderen vier Subpartitionen explodierten vor Wut. Kampf brüllte vor Ekel. Doktrin versuchte an die Siegel zu Oldtix' Lösungsprotokollen zu kommen, um sie gegen Xenologie einzusetzen. Das K-Wort war nämlich das nekrontische Wort für Exkremente. Wobei, das war nicht ganz akkurat. Es war ein Euphemismus für den Euphemismus des eigentlichen Wortes, welches schon lange vergessen war. Oldtix mochte, wie die meisten anderen Necrons eine dreckige Sprachmotorik haben, wenn man seine häufigen Flüche auf den sterblichen pränekrontischen Körper des stillen Königs bedachte, doch hier stieß auch er an seine Grenzen. Das Aussprechen allein dieses Wortes war eine heftige Grenzüberschreitung und hätte nicht dazu beigetragen, Xenologies Ruf als Abweichler unter den Subpartitionen zu verbessern. Obwohl Oldtix ein wenig Sympathie für die Subpartition empfand, da sie mit der eindeutigen Absicht geschaffen worden war, ein objektives Wissen über biologische Funktionen zu tragen und so von Nutzen zu sein, so konnte doch nur Strategie sich dazu durchringen, die nächsten Worte zu sprechen. Erkläre dich, ich überbringe lediglich die Nachricht, sagte Xenologie mit einer geradezu patrizischen Abwesenheit jeglicher Scham. Ich habe genau wie Analytik die Chemorezeptoren unseres Meisters analysiert. Über den metallischen Spuren der Knotschan lag ein noch stärkerer Geruch, der von Abwasserrohren weiß Zareks Fingerknochen, dachte Oldtix. Wenn die Partition sich an diesen Geruch erinnern kann, dann muss ich es doch auch. Dieser Gedanke machte Oldtix bewusst, dass er sich tatsächlich an den Geruch erinnern konnte. Er musste die plötzliche wilde Angst abwehren, als tiefer grabene Matrizen einen Brechreiz an einen Körper zu schicken versuchte, der keine Kehle mehr besaß. Du denkst also, dass Unas den Reichtum Ithakas gegen Kercht eintauscht? fragte Oldtix, der die Gedanken überschrieb, ehe sie den Schatten in seinen Mustern wecken konnten. Er verankerte sich an dem Knirschen seiner Schritte auf dem Sand, während er auf das Tor zuschritt. Ich würde keine derartige Blasphemie wagen, sagte Xenologie mit solchem Ernst, dass niemand auf sie einschrie. Aber ich fürchte, ihr missversteht. Dieses Schiff beherbergt nur deswegen Schmutz, weil es ein Nebenprodukt der eigentlichen Ladung ist. Diese Masse kann nur eine Quelle haben, und sie ist biologisch. Glüfen von Hass und Begeisterung kamen bei diesem Wort in die Quere, ehe sie weitersprach. In Anbetracht der anderen biochemischen Signaturen in der Bugwelle der Knochan, deren alleinige Auflistung eine neue Welle der absoluten Entrüstung auslösen würde, würde ich vermuten, dass das Schiff lebende Kreaturen transportiert. Die doktrinelle Subpartition meldete sich als Nächste zu Wort, und Altex war überrascht, dass sie diese Worte nicht verurteilte. Möge der Dynast uns allen vergeben, aber dieser Diener befürchtet, dass Xenologie recht hat. Altumor, wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, ist nicht wie andere Dynastien. Erklärung? fragte Strategie, worauf Doktrin eine Reihe von Zufriedenheitsglüfen zeigte, dass sie sich endlich vor den anderen Partitionen beweisen konnte. Mein Meister wird sich zweifellos an Vitok erinnern, begann die Subpartition. Der Großmeister von Altumor stürzte nach dem Erwachen aus dem langen Schlaf in die tiefe Melancholie. Altex war sich dessen bewusst? Tatsächlich war dies beinahe alles, was er über das ferne nördliche Königreich wusste. Er und Djoseras hatten sich oft über das berüchtigte Elend von Vitok unterhalten und ebenso über dessen Überzeugung, dass ein Herrscher keinerlei Ruhm erfahren konnte, wenn seine Untertanen unsterblich waren. Was weit weniger bekannt ist, ist die Heilung, die Vitok suchte. Anstatt angemessen gereinigt zu werden, so wird gesagt, wurden einige der von Vitok zurückgeoberten Welten lediglich unterworfen. Den Unreinen wurde gestattet, weiterhin unter seiner Herrschaft zu leben. Erkläre dich bitte, verlangte die strategische Subpartition. Werden die Xenos als gewöhnliche behandelt? Niemand wäre derart verrückt, schnaubte Doktrin. Die Unreinen werden nicht derart luxuriös behandelt. Sie werden als Sklaven behandelt. So sagt man zumindest. Sie dienen einzig dem Zweck, mit knochenbrechender Arbeit zahllose Monumente an Vitoks Glorie zu errichten. Jetzt wundert es mich nicht mehr, dass Djoseras so weit von der Hauptstadt fortgegangen ist, dachte Oltyx. Nicht, wenn sie jetzt ein Straflager für Unreine ist. Aber wie sollte das Sinn ergeben? Unas konnten viele Dinge zur Last gelegt werden und es würde nur wenige geben, die ihn so bereitwillig beschuldigen würden wie Oltyx. Es war jedoch schwer, sich vorzustellen, dass der alte Dynast mit einem Mal ein Sklavenhalter geworden war. Mit dem Verstreichen der Jahre war er eher noch ungehaltener über die Existenz von organischem Leben geworden, wenn dies überhaupt noch möglich war. Doch es war besonders unmöglich, sich vorzustellen, dass der Knauser König in all seinem Stolz und seiner Kleinlichkeit solch ruinösen Handelsgeschäften zustimmen würde, wenn die analytische Subpartition denn mit ihrer Vermutung recht hatte. Du erwähnst wiederholt, dass dies alles auf Gerüchten beruht, befragte Oltyx Doktrin. Woher kommen diese Gerüchte? Es sind Gerüchte, die der Meister selbst am Hof gehört hat, auch wenn euer Diener sie aus dem entgrammatischen Abfall bergen und wiederherstellen musste. Mein Meister betrachtete sie nämlich als zu albern, um sie ordnungsgemäß zu schiffrieren. Hemion, der Visier des Dynasten, hatte zu einer Gelegenheit die Hauptstadt der Altimor besucht, wo er von Welten hörte, auf denen er Kemet nur so von Menschen, Orks und anderen Dingen überlaufen war, welche nur der fünfte Teil unter uns beim Namen nennen würde. Eine schauerliche Vorstellung, Aber eine, die eindeutig Eindruck bei Hemion hinterlassen hat, dachte Oltyx finster bei sich, während er zur Mauer aufblickte und sich fragte, was dahinter wohl auf ihn warten würde. Er hatte Unas Visier noch nie gemocht. Tatsächlich hatte niemand außer Unas Hemion je gemocht, der ein Teil jener kleinen und verabscheuten Fraktion des Adels war, die als die Vitriformen oder die Glasartigen bekannt waren. Sie wurden so genannt, weil ihre Vorfahren als gewöhnliche auf Sand geboren worden waren, nur um dann, in widerwilliger Anerkennung ihrer Taten, einen Rang verliehen zu bekommen. Die meisten Vitriformen waren einst Soldaten gewesen, die das Anrecht auf eine Erbschaft durch ihren unvergleichbaren Dienst bewiesen hatten. Dazu zählte unter anderem Boraka, der Destruktor-Fürst von Seed. Doch nicht einmal Menteb hätte es gewagt, ihn derart abwertend anzusprechen. Ein noch kleinerer Teil dieser Vitriformen war durch andere Taten zu ihrem Titel gekommen. Diese waren diejenigen, die am meisten verachtet und offen als Schmutzglasfürsten bezeichnet wurden. Hemions Vorfahren waren ein Clan von durchtriebenen, abgehärteten Händlern gewesen, die über tausende von Generationen ihren Reichtum angesammelt hatten, um schließlich jedes bisschen davon dafür aufzuwenden, einen Anteil des Transportgeschäftes von seltenen Legierungen im itakischen Hafen anzukaufen. Irgendwann hatte die Krone ihnen widerwillig einen geringen Teil für ihre Bemühungen verliehen, woraufhin das gerade erst etablierte Haus sofort in den Verfall gestürzt war. Hemion war der letzte und schlimmste in einer langen Reihe von Taugenichtsen, die ihr Leben in Luxus, aber bar jeder Würde lebten. Er hatte davon geträumt, ein Kryptech zu werden, hatte jedoch die letzten Ressourcen seiner Familie auf nutzlose und gescheiterte Experimente verschwendet. In seinem Elend hatte Hemion seinen Zugang zum Hof des Dynasten genutzt, um Unas seine Dienste als Onkomand anzubieten. Er war kein Kryptech und wusste nicht mehr von Onkomantie als ein Straßenhändler, doch hatte der Dynast ihm in seiner optimistischen Laune geglaubt. Als dann endlich der Tag gekommen war, an dem der Dynast während des Rituals der Selbstuntersuchung einen der tödlichen Flecken gefunden hatte, hatte der Hof still darauf gewartet, dass der Hochstapler aufliegen würde. Doch irgendwie hatte der falsche Leibarzt den König durch blindes Glück geheilt. Unas hatte ihn als einen Wunderdoktor gelobt und ihn ausgerechnet zum Wesier erhoben. Seitdem klammerte der Scharlatan sich wie ein Parasit an den Dynasten. Lasst mich jetzt alle allein, dachte Oltyx an seine Subpartitionen. Die schiere Erinnerung an Hemion und seine Selbstgefälligkeitsmuster, als Oltyx Exil verkündet worden war, war genug gewesen, um Sturmwolken in seinem Flux aufziehen zu lassen. Er wollte zudem nicht mehr weiter spekulieren, denn einzig das Betreten der Stadt würde enthüllen, was die Knutschan hier wollte. Ich schätze, ich werde bald meine Antwort haben, dachte er. Oltyx stählte sich und trat in die Dunkelheit vor dem Tor der Nekropole. Seine Gedanken würden nur dann ein Ende finden, ähnlich seiner gesamten Existenz, wenn er in die Zitadelle vor sich trat. Oltyx rief die Siegel des Älteren in seine hekatische Matrix, die perfekt mit den Empfängern des Tors übereinstimmten. Mit einem lauten Schleifen unter dem Sand öffneten die uralten Verschlüsse das Tor. Die Realität beugte sich seinem Willen und bestätigte, dass Djoseras ehrlich gewesen war. Seine Subpartitionen nahmen alle an, dass er auf den Höhepunkt eines großen Plans hinarbeitete, dass er den Dynasten irgendwie überlisten wollte, um das Königreich zu retten. Kampf, der nun mal eben Kampf war, war sogar überzeugt, dass ein Königsmord bevorstand. Selbst Oltyx nahm noch immer an, er hätte einen Plan für das kommende Treffen. Doch war da eigentlich nichts. Djoseras hatte dies als seine letzte Hoffnung dargestellt. In aller Unwahrscheinlichkeit. Dieses kleine bisschen Nachgiebigkeit und seine schweigende Zustimmung für Oltyx Weiterreise, die er dem Künatz zum Schluss abgerungen hatte, war schon ein Wunder gewesen. Oltyx kannte den Älteren gut genug, um zu wissen, dass er nicht mehr von ihm zu erwarten hatte. Der schartige Stein des Tores hob sich. Unter ihm schimmerte der Staub im heller werdenden Schein aus der Stadt. Während er auf eine ausreichend große Lücke wartete, kam ihm eine der alten Geschichten in den Sinn, die Mentep in uralten Texten vorgefunden hatte. Sie rief ein Gefühl in Oltyx hervor, welches er nur als wehmütige Bestürzung beschreiben konnte. Es war eine dieser Geschichten, der er weniger und weniger zugehört hatte, je öfter sie erzählt worden war. Mentep erzählte dieses Epos der Heimatwelt immer dann, wenn Oltyx unter dem Pech seiner Enterbung zu leiden begann. Laut dem Kryptech hatte der einst Einvargad seinem Nemesor eben diese Geschichte erzählt, als der Nemesor nach einem katastrophalen Kampf vor seinem Ferron Rechenschaft ablegen musste. Der Nemesor hatte bereits gewusst, dass sein Schicksal besiegelt war. Eigentlich hatte er auf dem Weg zu seinem sicheren Tod nicht mehr unterhalten werden wollen, dennoch hatte er seinem Diener zugehört. Oltyx war klar, weshalb ihm diese Geschichte in den Sinn gekommen war. Der Rest der Geschichte war weniger relevant, denn sie war geradezu lächerlich. Sie handelte von persönlichen Leiden, die damit begannen, dass der Vargard bei seiner Reise über das kalte Uad sein Schiff verloren hatte und dann auf einer Insel weit fern der reichen schwarzen Erde von Kemet gestrandet worden war. Da war außerdem noch viel Unsinn über eine riesige Schlange, über Rätsel, Schätze und all dieses kitschige Zeug, das seinen Mythos ausschmückte. Die Details hatte Oltyx sich nicht gemerkt, da sie nie in seine Endgramme übernommen hatte, doch er erinnerte sich an das Ende. Der Vargard hatte seine Geschichte damit beendet, dass er seinem Fürsten all jene Reichtümer zeigte, die er von seiner Reise mitgenommen hatte. Selbst inmitten der Leere der See und im Angesicht überwältigender Risiken hatte der Vargard es geschafft, dank Schleue und Selbstkontrolle als ein Necron-Tür zurückzukehren, der reicher als vor seinem Aufbruch gewesen war. Wenn jemand von so geringem Stand wie er sein Glück hatte wenden können, warum sollte jemand mit so viel Macht und Schleue wie der Nemesor es nicht auch schaffen können? Der Mund eines Necron-Tür ist seine Rettung, wie Menteb oft sagte. Er zitierte dabei die letzte Ermutigung des Vargard an seinen Meister, um Oltyx damit Hoffnung zu geben. Das Einzige, was Oltyx an der Geschichte des schiffbrüchigen Vargard mochte und tatsächlich das Einzige, was für ihn Sinn ergab, war die letzte Antwort des Nemesor. Spare dir deine arroganten Worte, mein Freund, zitierte Oltyx laut vor einem Kryptech, der nicht da war, während das Tor sich wie ein Schlund vor ihm auftat. Warum sollte man einem Tier in der Abenddämmerung noch Wasser reichen, wenn es doch am Morgen schon geschlachtet wird? Es war eine grundlegende Moral der Necron-Tür, dachte er sich dabei. Es lag nichts Gutes und keine Großzügigkeit darin, einem dem Untergang geweihten Hoffnung schenken zu wollen. Wenn der Nemesor denn Hoffnung auf Gnade gehabt hätte, dann hätte er in der alten Geschichte doch auch nicht im Kampf versagt, nicht wahr? Wie auch der uralte, namenlose Fürst war Oltyx weit jenseits jeder Hoffnung. Die unerbittliche Loyalität, mit der Djoseras dem Willen des Dynasten folgte, hatte ihn lediglich daran erinnert, dass die Mühlen der dynastischen Gerechtigkeit unaufhaltsam malten, sobald sie erst in Bewegung gesetzt waren. Der Gedanke, letztendlich zwischen ihnen zermahlen zu werden, schenkte ihm merkwürdigen Frieden. Er hatte alles in seiner sehr limitierten Macht stehende getan, was er vollbringen konnte, und es war nicht genug gewesen. Das Tor stand nun offen. Er konnte eintreten. Wenn er es bis zur königlichen Zikuratschafte, ohne erschlagen zu werden, dann würde er Unas über all die Gefahr erzählen, die ihnen drohte. Wenn er Ithakas schon nicht retten konnte, konnte er ihm wenigstens Ehre erweisen. Und dann, dachte Oltyx mit einem Anflug von etwas, was Erleichterung sein mochte, werde ich zerstört werden. Oltyx stehlte sich für den ersten Schritt über die Schwelle der Hauptstadt, als Xenologie die wichtige Mitteilung machte, soeben einen Wirbellosen gesehen zu haben. Oltyx ballte seine Fäuste mit einem leisen Knirschen von Metall und stieß ein statisches Rauschen aus. Natürlich, was wäre in diesem Moment denn wichtiger gewesen, als einen Wirbellosen zu entdecken? Für ein paar Sekunden schwebte der Gedanke in seinem memetischen Zwischenspeicher, Xenologies gesamte Musterbibliothek zu löschen. Doktrin stimmte dem enthusiastisch zu und beinahe gab Oltyx den Befehl. Doch kurz vor der Bestätigung wischte er diesen Gedanken beiseite. Sie würden ohnehin bald alle nicht mehr existieren. Also warum sollte er Xenologie nicht noch ein klein wenig Genuss gönnen? Dann erzähl mir von diesem Wirbellosen, sagte er stattdessen so ruhig, wie er konnte. Xenologie ging daraufhin ins Detail, doch Oltyx hörte nicht zu, auch wenn er diese Unterrichtsstunde zugelassen hatte. Er konnte das Ding selbst sehen. Es war eine flache Kreatur, etwa so lang wie ein Arm und zwischen den segmentierten Panzerplatten seines Körpers ragten elfenbeinweise Borsten hervor. Jetzt krabbelte es irritiert davon, weil das Öffnen des Tors es aus seinem Unterschlupf verjagt hatte. Es erinnerte ihn an etwas, was er im Innenhof von einer der Baracken einmal gesehen hatte. Es war ein Örophygast gewesen, eine der wenigen Spezies aus der Heimatwelt, die sich mit der Diosphara der Negrontür verbreitet hatte. Es war unter den Gewöhnlichen als ein Kampftier beliebt und tatsächlich hatte Dioseras damals einen kleinen Ring Soldaten aufgelöst, die ein solches Ding auf ein frisch geschlüpftes Skolopendra gehetzt und dann auf den Ausgang des Kampfes gewartet hatten. Dem Anführer hatte er die Arme für seine Pflichtverletzung während des Trainings brechen lassen. Dieses Ding hier war kleiner als das Tier in seinem phantasorischen Zwischenspeicher, doch sein Äußeres war in etwa identisch. Das liegt daran, dass sie verwandt sind, plapperte Xenologie weiter, die Oldtux Erinnerung genutzt hatte, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Dann stellte Xenologie ihr Glück auf die Probe. Tatsächlich kann ich nur spekulieren, wie die sympathische Speziation während des langen Schlafes verlaufen sein muss. Was mag sich in dieser Zeit alles entwickelt haben? Diese Variante allein zeigt. Oldtux hörte wieder weg. Selbst nach Maßstäben seines Volkes, dass die Biosphäre ihre Vorfahren nur dahingehend tolerierte, dass diese Ressourcen für den Krieg bereitstellte, hatte er noch nie irgendein Interesse an Tieren gehabt. Er sah weder einen Grund, Wissen über sie zu besitzen, noch sie zu jagen, wie es unerklärlicherweise sehr beliebt unter den anderen Adligen gewesen war. Tatsächlich sah er nicht einmal einen Grund für die Existenz von Tieren. Worauf willst du hinaus? schnauzte er Xenologie schließlich an und unterbrach sie mitten in ihrem ungewollten Vortrag. Wie ich schon dreimal erwähnte, ohne eine Reaktion zu erhalten, will ich auf Folgendes hinaus. Wann habt ihr zuletzt einen Wirbellosen gesehen? Natürlich in den Zeiten des Fleisches, antwortete Oldtux, verwirrt über die Frage. Die Subpartition wusste genauso wie er, dass nach dem Biotransfer jede Kronwelt der Negrons komplett sterilisiert worden war, um komplexere Lebensformen auszulöschen. Damit hatten sie rituell ihre Hingabe zu ihrer neuen Gestalt signalisiert. Doch war das Leben hartnäckig und die Säuberungen waren nicht immer perfekt gewesen. Die Legionen ihrer Wartungskarnoptech hatten jedoch ihre Gräber stets von allem gesäubert, was größer als ein Virus gewesen war. Ich nehme an, ihr versteht nun die Wichtigkeit meiner Entdeckung, bohrte Xenologie nach. Oldtux antwortete darauf lediglich mit einer ungehaltenen Bestätigungsglüfe. Es war tatsächlich beruhigend, dass es solches Ungeziefer bis zum äußeren Tor geschafft hatte, ohne ausgelöscht zu werden. Aber das war seine Zeit nicht wert gewesen. So verhält es sich mit der Entropie nun mal, bemerkte er dazu nur. Die alten Systeme verfallen. Es mag alarmierend sein, eine solche Fehlfunktion zu sehen. Aber es ist nicht weiter bemerkenswert, also nichts weiter davon zur Partition. Xenologie gehorchte und verfiel wieder in Schweigen. Allerdings nahmen Oldtux Okulare nun derart alarmiert noch weitere Details wahr. Hinter dem Tor präsentierte sich der Eingangsbereich der Zitadelle bei weitem nicht so makellos, wie er einst gewesen war. Die Pflastersteine waren von dünnen Dreckstreifen bedeckt und dicke, dornige Vegetation hatte sich in den Rissen festgesetzt. Und überall zwischen dem Bewuchs kroch noch mehr Ungeziefer herum, das sich von irgendwelchem Dreck ernährte oder selbst gefressen wurde. Das hier war mehr als nur eine kleine Fehlfunktion. Wo waren die Reinigungsskarabeen? Wo waren die Reinigungstronen mit ihren Gammapulsen? War Unas derart nachlässig in der Pflege seines Königreichs geworden? Das Leben in der Nekropole zurückgekehrt war? Das war eine Beleidigung all ihrer Vorfahren, die das Eindringen der Grott in den Themenus von Seed geradezu lachhaft harmlos erscheinen ließ. Er stellte sich nun vor, wie dies durch die Okulare von Djoseras wirken musste und begriff, weshalb der penible Künatz so weit von der Hauptstadt weggegangen war. Alle Beklemmung wich Wut über den Zustand der uralten Stadt. Oldtöcks trat über die Schwelle, nahm sich jedoch Zeit, Xenologies kleinen, wirbellosen unter seiner Ferse zu zerquetschen. Dieser Dreck hatte in der Zitadelle seiner Vorfahren ebenso wenig zu suchen, wie in seinen Gedanken.